und weiter geht's dann komme ich dran komme ich nicht dran leben ok schneeäule das wird zum beispiel sein tier das einen namen bräuchte es ist eine schneeäule aber ich glaube da rum und dann jeden mensch aus krass ein paar sind angelangt kaum ein paar nicht ich glaube hier hat mir einen abdäck toll das brauchst du eigentlich keine lege wenn wir nicht wenn wir mit der weiber am box machen wir so schnell nicht was dir machen wir denken warum auch immer einfach weil ich es kann ich würde mich interessieren was der aufzutoffe für probleme hat du auf jeden fall leben weil du musst ja heilen können das ist jetzt so deine hauptaufgabe machen wir gerade die tasche hoch mal probiert wie es da aussieht das kann ich lieber ich habe jetzt das andere aufgestellt passt das ja ich habe das gefühl wir müssen da erst noch und normal jetzt noch mal die decke hinzimmer wir lassen uns mehr parken mit der eule auf dach geht ja aber ich glaube so noch zu decken wo dann die treppe dann anschließt ich glaube das könnte ganz gut aus bis zum ich 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 so passt es voll hin kommst du nicht über dieses gelände da drüber mensch was bist du für eule deswegen habe ich aber das gefühl dass das so nicht funktioniert schade ich habe echt gedacht das könnte so klappen also nix man muss auch da nachzett zum bau bist du echt toll du euler du stehst gerade dumm am Weg ach Gott okay brauchen wir noch eine trappe dann müssen wir gucken ob wir das irgendwie angeschlossen kann man auf unserer menschen gucken wir mal was wir damit anfangen können bauer junger bauer so gibt jetzt die Frage okay 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 andere brauchen wir jetzt noch jede Menge er packt sie dann einfach nicht mehr weg also hier brauchen wir schon mal 12, 13, 14 15 bitte der Montag Ja um 12 ja genau was noch hier was ich eigentlich immer das schütze es war mal im alten kollektor wo der hat mich garantiert wieder ein jackel hat und vielleicht kann man dann langsam aber sicher mal anfangen trocken vor der schmackt dora das wird jetzt verpissen dann noch da hat er da können wir eigentlich gerade so den bau hier finde ich nämlich super cool bei der mod definitiv finde ich klasse so lasst uns schauen ich habe mir das gefühl da sitzt im drittler und händler Da können wir durchbrennen für, ja, gut, schön, das hat ja schon mal geklappt. Ja, BAU-WG-Vorschriften, denken dran. Minimum 50 cm hohes Geländer. Was machst du dort? Stehen auch da drüber. Warum habe ich das Gefühl, ich habe mich verzählt? Da habe ich gerade schon wieder Angst, dass mir jetzt hier alles zusammenbleibt. Das ist so gut, das ist echt so gut. Können wir mal sagen, was wir wollen, es ist einfach nur gut. So, das brauchen wir ja den Geländer. Bergeweise, ja, ihr wisst schon. Und der Ding, machen wir mal kurz 20 Dollar. Stroh! Die ist viel Stroh. Guck mal, das ist viel Stroh. Wer fand ich fern denn Stroh? Hat der so was? Ich fand Stroh, das weiß ich. Oh, ich habe keinen Elf. Gehen wir mal die Tarif vor. Das fällt mir jetzt gerade drin. Wahrscheinlich auch die Magmas. Darin, wie sieht das aus mit dir? Ja, ich weiß, du hast noch keine Ahnung. Das ist unsere treue Zuschauer, dass du noch keine Ahnung hast. Sag, wie schlimm du das fischst. Und dann sag mal, ob du Strohfarmst du nicht? Weil es ja, das wäre sicher. Ich hab' auch nicht froh. Ich hab ja auch nicht froh. Ha, zieh' mal gleich. und das holz ja bekanntlich auch nicht schaden kann ich bin jetzt schon nah genug, dass ich ziehen kann mit viel glück das glück haben wir aber nicht hier vorne hier vorne das gehört schnäer, da habe ich nicht mehr was brauchen schnäer, da hab ich nicht mehr gerade was brauchen schnäer, da hab ich nicht mehr kurz brauchen hier, da sind wir hier Ah, jetzt haben wir mehr Stroh extra lauter und 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 das ist hier aber wieder zapptuscht so trickschmeißer zähmt und sobald ich weiß braucht der bier jetzt zu verwechseln mit david borealis oder david borealis oder wie heißt der ruf beziehungsweise angel beleuchtet nicht so aus meinem alters wie bestimmt noch wer angel war ich muss ich jetzt ganz anders deshalb gibt es dumm dagegen rumlaufen weil ich mich gerade wenn man wieder bei der frage werden wollte wieder sehen tippe auf da muss man ein terry kracken da stehen wenn man bestimmt noch mal wo brauchen wir Ich wollte kurz sagen, warum hat er nicht die Schneeäuftroh? Ich habe schon ein Zähnenkabiet. Die Leute, die ich nicht sagen sollte. 4 und davon wollte ich 20. Tascherechner holen, um noch 16. Ich muss mal mit dem Aufwand auffahren. In der Zeit, wo der hier das macht, machen wir mal ein Ende der Folgen. Ihr wisst ja, falls ihr das gut fandet. Kommentare, falls ihr das nicht gut fandet oder falls ihr Namensvorschläge habt oder sonst irgendwas loswerden wolltet, haut einfach raus. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns morgen. Ciao.